Was geht ihr? Fortnite Herausforderungen und Challenger. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Herausforderungsvideo hier auf meinem Kanal. Ich bin's Moreno. Was geht? So, wir haben weitere Woche 9 Herausforderungen von den Midas Herausforderungen und somit heißt eine, dass wir einen großen Teddybär in Risky Wheels aufnehmen sollen und 100 Meter weit laufen sollen und natürlich Mackenz Risky Wheels ist genau hier markiert zwischen Fancy Farms und Agency und irgendwo sind hier kleine Teddys. Genau, die müssen wir einfach hier herumtragen, wie der Dude das gerade macht. Die können wir jetzt auch schon aufheben und einfach 100 Meter weit laufen damit. Alter, sollte ganz, ganz easy sein und wir können natürlich dann auch wieder wegschmeißen. irgendwie oder auch nicht. Aha, okay. So, das sollte schon die Aufgabe sein und somit habt ihr dann auch schon die nächste Herausforderung und für die Midas Herausforderungen eher freigeschaltet oder eher schaffen. Somit würde ich sagen, wir sehen uns bei einem erneuten Video auf meinem Kanal und Herausforderungen. Lasst gerne ein Auge nach oben da oder auch ein Abo kostenloses. Würde mich auf jeden Fall gut unterstützen. Wir sehen uns bei den neuen Herausforderungen. Auf rein! da!